hi freunde herzlich willkommen zu einem kleinen zu einem etwas anderen video heute auf meinem kanal wir sind heute in meinem gaming zimmer das werde ich euch hier irgendwie jetzt nicht zeigen das zeig ich irgendwann mal wir sind heute auf discord unterwegs ja ich habe natürlich auch discord hier ich habe ja auch schon ganz viele freunde und ich habe auch literarion 33 und den kennt ihr ja wahrscheinlich aus meinen videos genauso wie lucas also freddy unterstrich sef in game heißt er für die unterstrich gtp und literarion 33 hat jetzt ans server gemacht ja ich er heißt irgendwie offizielle tarion das kot oder so keine ahnung ich weiß nicht wie der server heißt und ja das ist wie gesagt der server und das lustige ist aber auch als ich lange nicht auf nicht online war dann hat er mich hier da hat er mich paar mal versucht durch herzuholen der hat mir 1 2 3 4 mal versucht mich anzuschreiben beziehungsweise ich anschreiben er hat mir ein paar mal diesen link geschickt um dann auf sein server zu kommen und da bin ich jetzt auch ich bin jetzt da und und es steht auch hier pj ist gelandet das bin ich dann natürlich noch geschrieben hey pj willkommen auf dem server von der 33 jack sein kanal ab hier oben könnt ihr auch sehen hier sind auch schon ein paar leute online ich bin online die zwei sind online was joshiko ser oder wie der heißt und dann haben wir oben noch den eisbär also las keine ahnung ja ich kann ja auch mit leuten ein bisschen reden aber ich habe mein headset jetzt leider aus und deswegen kann ich das jetzt nicht machen ja dann gibt es halt noch noch die regeln ich weiß aber gerade nicht wo sie sind die müsste ich mal kurz suchen aber dafür kann ich einfach hier drauf gehen ja ich habe sie gefunden und da sind die ganzen regeln also hier das sind alles die regeln und was sie drauf steht das sind alles halt irgendwelche sachen keine ahnung wo ich halt auf anderen server drauf geben wollte und ja dann habe ich jetzt diese benachrichtigung gekriegt wo drauf steht hey pj willkommen auf dem server von der 33 jack sein kanal ab und das habe ich auch schon dann gibt es noch die regeln keinen schmutz in den chat oder nicht spammen der admin wird sonst benachrichtigt und kick diesen spieler wenn du seit etwas längeren zeit im raum in dem discord bist kannst du nachdem wir sind gamer fragen und du bekommst ihn wenn du wenn du wenn wenn dein verhalten gut war du kannst auch meinem helfer eisbär fragen oder schreiben goldene regeln spaß haben und zocken viel spaß auf meinem discord letarion 33 und er fragt jetzt wahrscheinlich wieso nimmst du das ganze mit deinem handy auf und nicht mit deinem obs liegt nämlich nämlich daran weil ich kann aktuell nicht auf meinen google account und auch nicht auf meinen youtube account weil wenn ich auf meinen youtube account will denn ich kann ich das mal kurz zeigen ich habe hier nämlich so die app youtube aber wenn ich halt darauf klicken will muss mich auch anmelden und das muss ich auch mit diesen blöden google konto machen und ich weiß gerade nicht welches mein passwort ist und deswegen kann ich jetzt erstmal nur mit dem handy nur ein bisschen aufnehmen ja wie gesagt das ist wie gesagt jetzt hier das was ich zeigen wollte der tage also luca also der tage unter 30 wenn du das hier siehst ich werde wahrscheinlich öfter auf dann kann auf dann das kopf kann einmal vorbeigucken vielleicht auch auf der offline online sein aber da muss ich ja gucken wie es halt technisch passt ob ich zeit habe oder nicht und dann gucken wir mal weiter so ich würde sagen das war es ja auch schon leider mit dem video wie gesagt dass ihr siehst ich finde uns da war ich klasse ich gebe einen daumen nach oben vielleicht können wir uns da später uns vielleicht ja können wir noch mal ein bisschen reden ich würde sagen das war es jetzt wie gesagt mit dem video lassen leichter glocke aktivieren mein kanal abonnieren damit ihr keine neuen folgen von mir verpasst und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal leute bis dann ciao peace